Baden Marathon, ne? Ohne Scheiß. Ich sag gleich was echt cooles. Ist doch normal. Ist doch normal, sagt er. Willkommen in der Kluft der Beschwörer. Also jetzt zum Thema Bewegungsunschärfe. Also. Hä? Ja. Pass auf, komm mal her. Ja. Genau so. Jetzt läufst du bis zum Tower. Und dann guckst du auf deinen Namen. Ja, ich weiß was du meinst. Ich seh das. Ist er wieder scharf. Ja, ich seh das. Genau. Und der Bildschirm, den ich mir hole, dann ist er die ganze Zeit scharf. Achso. Das verschwimmt überhaupt gar nicht. Naja, ist doch cool. Ne, ich hab das schon verstanden von Anfang an wie du das meinst, GG. Ne, ist ja auch geil so ein Bildschirm dann zu haben. So ein Bildschirm ist sexy. Das ist für CSGO ziemlich geil. Äh, ja. Wahrscheinlich. Haben die ein Wort kaputt gemacht? Oh lol, da ist ein Swash. Er hat disengaged dich. Ja. Er ist es auf K. Echt jetzt? Oh mein Gott. Was heißt IDK? Ich versteh das immer nicht. I don't care oder I don't know. I don't know, I don't know. Achso. I don't care ist ITC. Genau. Jetzt mal für ganz blöde, was heißt IDK jetzt genau auf Deutsch? Ich höre das immer nur so oft. Lüft mich nicht. Achso. Habe ich nur gewundert. Hey, was? Was wollen die? Ja, mein Englisch von und die ist gut. Ich weiß. Ich bin doof. Komm, okay. Oh lol, ein Grails und ein Trash. GG. Oh lol. Ich verkack's ja richtig gerade. Ich hab noch kein CC. Äh, CS. Dankeschön. Oh. So direkt mal gepunished. Mann. Ich will da bloß scheiß Minion. Nee, lass. Ich will da bloß scheiß Minion nicht. Achso. Ja, jetzt haben die halt IDK getradet. Nur weil du gemeint warst. Hä, was, was, was? Was hab ich jetzt falsch gemacht? Lol, 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 lol. Brauchst du Heal? Äh. Nein. Muss. Ja, danke, Mann. Mann. Das hast du gerade richtig hart versaut. Hä? Was hab ich denn jetzt versaut? Lol. Ja, pass auf. Ich hab versucht, den Minion zu lastet. Nur mich zu healen. Du hast den aber so angehütet, dass ich halt nicht mehr lasteten konnte. Du hast ihn noch gelastet, lol. Ja, aber ich musste das erste Mal lasteten. Der Trash hat mich die ganze Zeit gepokt. Nein. Weißt du wie? Und deswegen bin ich so low gewesen. Hm. Komm. Das war gar richtig scheiße. Und da floggert was gegen die Tür. Ach ja. Da wird man einmal emotional und dann sowas. Wow. Du hast gerade mit dem Eisenlast-Hit wieder mega beschissen gemacht. Genau. Dann kriegst du dich doch einfach ins Knie. Warte, dann hab ich noch mal die scheiß falschen Runen mit. Du hättest nicht angreifen können oder tot gewesen. Ja. Dann hab ich dann leider auch zu spät gecheckt, glaube. Ja. Dadurch, dass ich die falschen Runen mit habe, bin ich halt nicht scheiße geschehen. Das ist halt mega behindert. Level 2 Reicht? Hallo? Bist du viel? Ja, 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 ja. Du willst viel zu viel? ich habe einen bug ich hasse das was denn für ein bug und zwar wenn ich skille dann drücke ich auf das was ich skillen möchte lol wer kam da ja das stimmt natürlich auch ja ich habe das halt ich habe mich wieder zu sehr auf den zwölf eingeprügelt und blöder der zwölf war weiter vorne der kreis ist ja weg ja es ist halt der größte fehler den rezept machst das ist der größte blödsinn was kriegt denn an dass der scheiß karsix da ist ja die haben eine full ad team was mein bild geht auf mit mana egal die hooke ich einfach raus und dann passt das er geht rum oder auch nicht mitte wird also schön ausgeprägt pass auf der hofft dich wir müssen die jetzt an tauchen lassen denn wir haben dann den besseren hoch für einen tower sozusagen ja schade du hast halt ruhig glas zu tun ne ja da kommen wir nicht ran der ist verstärkt mich ja nö doch gerade ja jetzt nicht mehr lol ok wir sterben beide oder ich hätte die heal gegeben nein für mich jens stirbst du fuck ich habe die geld noch bekommen nicht so gut bis jetzt der graves der spielt viel zu offensiv der trash macht das nicht schlecht und der baut keinen okay gut der trash ist scheiße ok was baut der er baut keinen gebürgspanzer ok ja es ist richtig gut ja er macht damage ok der macht richtig damage der macht nur mit seinen fähigkeiten damage der macht also er basiert halt auf den fähigkeiten schaden der macht jetzt nicht so den autothek super schaden und der ist im late game ist so stark wie du lass mir achso ja das ist ein trash hallo ah leid so einfach geht das ah leid oh mein gott schon wieder ein gefeatelter k6 ah fuck soll ich mit hochkommen oder wurde also du war das plus holt auf ja so wäre nicht so gut hast du gehockt gleich muss man weg noch mal dass die entfernung hätte ich dass der entfernung ist sehr schwer zu deutschen naja ich dachte er geht nach unten oder nach oben es ist immer so direkt drauf geht es trifft man meistens nicht ja doch schon also ich glaube auf der elo noch locker jeder zerspielt mir schon oder so stimmt wir sind ja auch fünf gegen vier vier gegen fünf er guckt oder der typ kämpft gerade ziemlich hat die top bleiben wer was der k6 der war gerade ja ich weiß die noch immer her oh gott kannst du ulten? ja ne Busch da hinten ohne Mist mit einem Millimeter leben scheiße das gibt es nicht das gibt es nicht mann weil ich den scheiß pass auf ich hab ihn geautotagd ne deswegen hat das mini minion äh agro bekommen ja und ist vor mich drauf gelaufen oh gott deswegen konnte ich dich nicht hooken das nennt man anlag schade 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 das war ein richtig beschissener zufall also das war ja wirklich behindert aber wir haben ein ziemlich geiles late game ja das stimmt du bist tank ich mach schaden ne es geht halt durch die Nasus und dir lol ist der oben wer? wir haben ne leased mit das ist mir zu sagen gefallen das hat sich Segen gegönnt da kommt ein Garzix zu uns willst du dem gegenlaufen? ich weiß das nicht ich hab Exhaust na komm schon hinter uns ist ein Thrash die Fallen war gut da ist noch ein Dings wir haben was? da war grad ein Graves da war hier irgendwo der in die Richtung ja Leute der ist über dir ich hab' ich hab' ihn noch ich hab' ihn noch ja seine fucking ult ne ja ich hätt' noch weiter drauf kloppen sollen es war dumm dass ich versucht hab' ihn zu lassen ja gut ja gut kannte jetzt keiner wissen das ist er der Ult unlucky unlucky einfach auch halt eigentlich Randuins gegen ihn ich bin verrückt ich bin verrückt ne dann hol' auch Rande in Slay da liegt dann man an dein Graves oder ja oder das der war einfach gut da war er noch drin ja ja hast du es gewusst oder nur so ja ich hab's gewusst von mir gesehen Alter der macht damit mit einem Auto Attack man ja aber nur alle paar Sekunden also ich hab' jetzt keinen Dings der kommt gar nichts weil er will's entgegen gehen will worden bitte helfen komm oooohh scheiße schade miroslav schade miroslav schade schade miroslav da macht grad jemand den Red Buff ja da macht der Grace den Red Buff oha und nnen Thrash loll oder ist es denn drei Leute boah da sind es ja zu viele den hab' ich nur Graves an sich ist das sogar nicht so schlecht Autodesk ja auf den auf den auf den Gitar 6 und nicht stehen bleiben auf Gottes Willen oah hast du ein Schwein gehabt hast du oah was ich hab' bin ich den geblieben der stand direkt vor dir und du hast den Raketenwerfer achso ja das meinst du mhm schon klar ja das war wieder das war wieder blöd ist mir auch aufgefallen aber was mit dem Raketenwerfer ist irgendwie das verdaddel ich voll oft weil ich denke ich denke drückst du mal alle Tasten das auch so nach dem Motto ich mach bestimmt irgendwie mit was schaden ja ne bei mir ist aber auch Raketenwerfer mehr schaden weißt du deshalb aber na stimmt das? ne du machst du machst aber mehr Autodex du machst jetzt zum Beispiel zwei Autodex in der Sekunde anstatt ein Autodex ich weiß deshalb ist der Nahkampf viel besser ich weiß ich weiß aber egal dreifach Tötung ist doch ist doch gut ist doch wunderbar achso die wollen ein drag ward haben die wollen ihn töten ja nein oder er hat mich gerückt ich mach ihn drauf hier nein oh die war gut oh die war gut ah oh cool hm das war getrollt hä wie Autodex reinste achso kriegst ihn gehuckt das wär ultra jetzt krieg natürlich gut oh ja sehr schön sehr schön fährt's weg oder? so wir leben von den catches ist echt so ich hab blooh und red und sie können nicht mehr fighten gegen uns das ist also zumindest wir müssen immer alle minuten zwei alle zwei minuten müssen wir fighten dann hab ich nämlich mein äh dings ab ach warte mal ich muss aber mein item ausbauen hab ich ganz vergessen so haben wir jetzt noch ein schild und ich bin noch mehr tanky krass ich hab ein pink ward hm soll ich ulken? ne das lohnt sich nicht ne noch nicht das lohnt sich nicht oh lol komm oh der klatschen wo es schafft schafft das oh jetzt würde ich weg gehen komm kommt der her der jasu ist halt nicht ja das problem bei mir ist auch denke ich dass ich mit der ult jetzt zu lang gewartet habe ich hätte einfach mal machen sollen wa? ja stop feed jasu roll wir only have one kill hm 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 wir nehmen es den wir nehmen es den reichen und geben es dem jasu ja ok wir fighten nur mit mit dinks mit was? wir fighten nur mit exhaust hast du kein exhaust? nein habe ich nicht also erst in 40 sekunden warte ich sag gleich was echt cooles mit dem dicken na gut hm ne konnte ich ich war ein guck hier in die mitte ich komm mit ich renne nicht ohne dich irgendwo auf einer lane hallo sehr ultra dumm oder der tanken tower wo gehts denn hin? äh hinter uns hinter uns oh 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 shit war tower hook? oder auch mich? ah fuck die granaten man kacke das war ja richtig geil das hatte ich aber schon mal mit tristana genau das genau das gleiche hatte ich schon mal mit tristana er wollte tristana weg springen ich rucke zack ich hole sie von der mauer weg das war lustig du hättest warten müssen bis du prediktest auch viel zu sehr ja du darfst das so krass doch 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 fast schon wer nach unten gedotcht wäre es in dieser play gewesen weißt du wie? ja klar aber in dem ero dort dodgen die kaum siehst ja immer wieder ja doch hast du gesehen der hat nach oben gedotcht hätte er nach oben gedotcht hätte er nach unten gedotcht hätte ich äh play gemacht hast du einen graves? ach ne der tank bringt ich weiß ja nicht wer ist besser power ist besser äh karsitz könnte von hinten kommen na der war gut so und jetzt weg den tschüss das ist das starke am blitzweg du machst einfach nur du machst einfach nur die Catches genau call me catch master oh lol catch hey hey wie wird catch geschrieben? na c a t c h lol catch er schreibt catch der ist komplett v on her Ãlter ich dachte ich wär dumm ja manchmal bin ich dein Rechtschreibgrippel gerade um die Uhrzeit rechtschreibgrippel klingt gut oh legislators auch queen schreibt sehr ich wollt gerade und was ist passiert was ist geschehen Was ist geschehen? Tell, tell, tell me Oh Oh, hast du Disrespect gesehen? Nee, hab ich nicht Also ob du kannst, indem du mit der E aktivierst die E Du Litzcrank und machst die ganze Zeit Rechtsklick auf die Gegner Achso Von Tell, mach das so Achso, ja, okay Oh, versterben Versteben Versteben So, kill ihn Ja, oh Gott Easy bait, easy life Äh, drag Oh, Kha'Zix Musste ihm sagen Ich weiss halt nicht Ich mach da Solo Was ich hucke, ist gut Ist echt so Es ist halt Ultraman So, erstmal mein Es ist halt so strong Trinket ausbauen, damit ich später dann mein Wardstone ersetzen kann Weil das ist sozusagen ein kleiner Wardstone Weil das ist sozusagen ein kleiner Wardstone Okay Nice Oh, lol Die wollen fighten Lol Das nenne ich Predicted So, Alter Hinter uns, hinter uns Der, der Graves Keiner fokussend Graves Oh Gott Das ist ärgerlich Du hast ihn aus meiner W gezogen Habe ich das? Ja Das ist eher ungünstig Aber gut Das ist halt immer Das kannst du ja nicht voraussehen Weißt du, das geht ja nicht Also Das kriegst du ja nicht hin So schnell Alter, also Challenger kriegen das schon hin Naja, egal Lol Kein Killstil Es ist Aber wenn er nicht an deinem Hook gestorben ist Hättest du ihn eigentlich noch ranziehen müssen Ja Der ist nicht an deinem Hook gestorben Der ist Ich hab ihn zwar gehooked Er hat Damage vom Hook bekommen Aber Die East hat ihn am Ende gekillt Ja, aber du hättest ihn dann in der Theorie noch hooken müssen Also eigentlich kommen die immer ran Also so kenn ich das Weiß ich nicht Dann ist er Beim Hook gestorben Oh Ich bin so allein auf der Lane Leute Bester Spruch von Jinx Ich bring Pistolen zur Messerstecherei Hey Hm Jo Ist halt echt so Damit ich nicht out of XP komme hier Zack Du Du Mit deinem Scheiß Werfer ne Hey was denn Hm 40% Cooldown Reduction 18 Sekunden Ulti Cooldown Und Alle 9 Sekunden kann ich gröben Und alle 3 Sekunden kann ich hochwerfen Alter Alter Oh den Trash Das ist das Das ist das Das ist ein Trash Der ist zu schnell Hook ihn Predicter Begrace Oh Oh schade Alter Alter Er macht halt Loll Die war gut Tschüss Oh 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 Ich seh Gebra Ja Ich bin durchs Geld gelaufen Ich trottel Scheiße Lol Hast du grad geflasht Ja Ich wollte den hooken Ach Schade Ich bin da echt tot Ne Oh Da ist ein Ward Oh weg Blitzcrank 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 Ist ein cooler Champ Ja Blitzcrank Ist Ist cool Oh Lauf Wenn soll ich backgehen Ich bin relativ low Ich geh dann mal weg Ah, er ist geflischt. Er will mich. Ne, lol. Oh shit. Haha, easiest shield in my life, man. Ah, lol. Oh, Red Buff? Ist das gut? Nein, du hast mich fast getötet. Ey, komm Elise, wirklich jetzt? Das ist ja ernst. Ich hab's ja einen Red Buff geklaut. Den würd ich aber haben. Och, Manu. Oh, die stirbt. Tut auch nicht. Sie kann einfach easy turn around. Macht's aber nicht. Komm, wir machen Spotlane durch. Ach so, Spotlane. Na gut. Wisst ihr das, wie krass man als Support carry kann? Ja, ja, klar. Support ist, ist, äh, voll gut. 4, 5, 22. Oh, ich würd gern den Graves ulten, aber das reicht nicht. Ach, Manu. Ich hab eh keine Ult, lol. Ult cooldown. So, da kommt Drake wieder. 28 Sekunden. Kommt noch schon mal hin. Alter. Blitzcrank ist, glaub ich, mit einer der stärksten Supports. Ich glaub, stärkere gibt's nicht. Nö, 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 nö. Nö? Der wird LCS zum Beispiel überhaupt gar nicht gespielt. Lol. Problem ist, dass du mit Blitzcrank bloß die Dummheit der Gegner ausnutzen kannst. Bei LCS gibt's keine dummen Spieler. Oh, krasser Stil. Ich. Oh, lol. Ich wollt grad sagen, das ist grad der Gegner Driftlings und wenn die uns das als Stil, der, äh, danke. Ey, was dachtest du? Dass es ne Gegnerrische Dings ist und das die, also das, das Pfeil-Ding da. Ach so. Nee, wir haben zum Glück keine Gegnerrische Dings. Oh, oben. Top lane wird hart. Das ist hart am Sachen machen. Ich, 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 ich schieße da ne Ult hoch. Die machen die Tower. Oh, das ist ein Trash. Und den können wir jetzt unter Tower. Okay. Oh, du tankst. Wir machen jetzt eine Tower. Auch den können wir jetzt unter Tower. Ja. Wow. Jinx, Alter. Siehst du, guck mal, der Nasus, der macht gar nichts in dem Game. Sind alles wir beide. Ist halt so. Oder wie ich dich verstehe denn, der Nasus? Das ist ein Gender. Oh, scheiße. Keine gesehen. So, Blitzquink, tanz. GG. Da habe ich den hier so in der Base weggeultet. Wieder 30. Siehst du, wieder 30. Sieh, sieh, sieh. 30. mother. Oh, okay. Okay. So, so. Untertitelung des ZDF, 2020